Ich möchte, dass man die Zeichnung spürt, dass man sie also richtig fühlt, auf dem Körper fühlt, dass ich wie gezeichnet werde. Es war ein lebendes Bild, und die Besucher waren nicht nur Besucher und haben das Bild angeguckt, sondern sie waren Teil des Bildes und haben es gespürt. Ich habe nicht gedacht, ich mache jetzt ein schockierendes Bild, oder ich will die Menschen schockieren. Auf der anderen Seite, wenn ich gewusst hätte, dass es passiert, hätte ich es aber trotzdem nicht. Ich wollte zeigen, wie das Alltag schon in den jungen Menschen enthalten ist, aber auch bei der Allung des Jungen kann. Musik Oder auch die Prozesse werden am Körper sichtbar, kann man dort ablesen. Für mich ist der Körper aber der Körper und geht nicht um schön oder hässlich. Das spielt bei mir keine Rolle. Deshalb mache ich das, nicht um schöne oder hässliche Bilder zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weil ich das jetzt mich selbst als Modell genommen habe, bin ich ja auch als junge Frau in meinen Bildern und bin jetzt als ältere Frau in meinen Bildern. Das finde ich total spannend, dass sich das so ablehnen lässt, diese Spanne des Menschseins, weil es die gleichen Personen sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber die Kunst ist für mich wirklich... Das ist mein Ganzes... Das ist alles... Das ist genau das... Das ist mein Ganzes... Das ist mein Ganzes... Das ist mein Ganzes... Das ist mein Ganzes... Bis zum nächsten Mal.